So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft, The Telltale Series oder Story Mode. Kommt drauf an, wenn man es einem will. Ich sag es dir, was du willst. Ruben! Nein! Boom! Ich habe meine Schweine. Ich habe dich, ich habe dich. Man, du schmeißt du richtig, richtig. Hey, Magnus! Ja? Short, Stub? Flying pig jokes are totally played out. Ha 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 ha! Was? Alter! Oh, crap! Was ist das denn gerade so scheiße? Alter! Wir haben einen Winz. Der Ambulant Hafft. Mr. K air Ja... der Magnus! Wait, was ist passiert? Oh, das ist nicht gut. Oh, fuck. Holy crap! Ist das dein Witherstorm? Um... Wie sind wir? Das... Oh, nein! Nein! Nein, nein, nein! Ich habe es jetzt nicht auf Englisch gestellt. Stop eating my kingdom! Magnus, komm! You'll regret messing with Boomtown! Go! Wie ist das? Egal, ich sage, Englisch kann das alles super. Grief und Madness. Das ist auch nicht so freigeschaltet. Oh Gott! Ah, Dennis! Okay, nur ein bisschen weiter. Wow! Einer hat wirklich mit den Gefahren, oder? Äh, ja. Kann man wohl so sagen. Ja! Oh! Oh! Wer geht da? So, Dennis Cousin? Was das du? Lukas, hast du alles gebaut? Na ja, ja. Ich dachte, ich würde versuchen, zu fortifizieren, du weißt? Oh, Respekt! Nice! Ich bin sehr glücklich, dass du zurück bist. Und wir brachten Magnus! Petra! 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 Juhu! How's it going? Das ist ja wohl nass. Petra! You made it! Oh, ja. Oh, ja. Juhu! Ich bin sehr glücklich, dass ich Gabriel hörte dir, woher zu gehen. Wow! Did Gabriel get away, too? Did you see? Es ist alles ein Blur, aber das Wettersturm hat fast nichts hinterlassen. Alles. 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 Ich hab sogar Gabriel. Not, oder? It's been a while since I've been here! Woah! What is she doing here? Let's... Called us a hunch. But do you two not like each other? Right, um, I forgot to mention, Olivia went on a little expedition up there. Und diese Olivia-Person kam zurück mit ihr? Du kennst das? Hat Elagard dich auf das? Du denkst, du kennst einen Mann. Und dann, bam! Olivia ist eine Freundin meiner Freundin. Ich wusste nicht, dass sie auszusehen, um Elagard zu retten. Magnus, du musst mir glauben. Ich habe definitiv nichts zu sagen. Zu ihr. Jesse, Jesse! Schau, ich habe Elagard. Ich habe einen Moment, okay? Ich gehe herausfinden, was passiert. Gut, du machst das. Jetzt ist es leicht, Olivia. Wir versuchen es zu spielen. Also, wer sind Sie jetzt? Und warum hast du ihn mit dir gebracht? Wir sind die Ordnung der Steinbeeren. Es war ein bisschen verrückt. Ich bin in Redstonia. Und es waren alle diese unglaubliche Enginheerinnen und Erinnerungen. Es war ein bisschen intimidee, eigentlich. Aber Elagard hat mich als Protégie gemacht. Ja, eine Sistente für heute. Ich meine, nach dem was passiert. Ich weiß, ich bin sorry. Ich bin sehr sorry. Redstonia? Ja. 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 Ähm. Ähm... Ähm... Ihre kleine Verteidigte sind meistens auf der Bibliothek. Ihr könnt es alle ausfüllen? Holy crap, Sie sind alle wie verrückt, Leute. Leute, können Sie bitte auf die größere Bildung? Wir haben eine sehr wütige Witherstorm, im Laufe der ganzen Welt zu machen. Ja, ich will sagen. Das Ding sah echt schrecklich. Und ich habe ein paar schreckliche Sachen in meinem Zeitpunkt gesehen. Nichts für Sie, was es? Ihr usual bruttisch approach nicht cut es? Hey, Sie waren nicht da, okay? Sie haben nicht gesehen, wie das Ding einfach alles aufbaut. Würden Sie zwei stoppen? Woah! Yikes. Jesse ist richtig. Wir müssen einen Weg finden, um das Ding zu verhindern. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch nachher gesehen haben, aber das Ding ist nicht so, wie es war. Die meisten von unseren Herzen sind weg. Es kostet eine Menge von TNT, um das Ding zu töten. Ich liebe es zu sagen, aber Sie haben ein Punkt. Das ist großartig. Ich weiß. Sie sind... Sie gehen mit? Ja. So, was sind wir da? Wie werden wir das stoppen? Also, wir müssen uns nicht panischen. Das ist ein guter Schritt. Aber, selbst wenn wir alle TNT für die Kilometer, ich weiß nicht, ob es genug wäre. Wenn nur Soren hier wäre, er hätte etwas, was wir nutzen können. Oh, Ellie. Nicht das wieder. Ich liebe es, wenn Sie so sagen, über Sie und Sorens kleine kleine Klub. Ich weiß nicht. Ich denke, ich habe eine logische Idee hier. Das ist Miles für Sie. Magnus. Ich möchte, was sie sagt. Soren hat eine Art von super TNT. Stronger und mehr Explosive als alles in der Welt. Die Formidabomb. Ja, ja, ja. Ich habe schon gehört über die F-bomb. Die F-bomb? Ja. Sorens hat gesagt, dass die F-bomb der F-bomb könnte nichts zerstören. Na, die Formidabomb ist perfekt. Wir müssen sie jetzt holen. Die F-bomb ist nicht nur die Fabian-bomb. Es gibt ein bisschen ein Problem. Wir wissen nicht, wo Soren ist. Aber Sie haben uns gefunden. Sie wissen, wo er ist? Die F-bomb ist nicht nur die F-bomb. Wir können ihn finden. Wir können ihn finden. Unless er in der Nieder. Oder in der Ende. Aber es ist wert. Petra, hallo. Wie bist du, Petra? Fine. Du okay? Wir können es sprechen später. Wir machen diese Map für jetzt. Hmm. Eligard. Hello, Eligard. You said you know how to activate the map? I'm very curious to see it. I've never actually seen it work before. Ooh. Axel. Hey, Axel. How are you doing? I'm hanging out with Magnus. I'm doing awesome. Glad to hear it, buddy. Hey, Magnus. Hey, Smallfry. No shame in admitting you can't turn that thing on. It's very, very sophisticated. I'm going. I'm going. I know what I'm... Lucas. Remund. How are you holding up, Lucas? I'm alright. This has all been pretty intense. I feel like if I think too much about what's been going on... Well, I'll just think I'm completing this. How does Petra seem to you? Not great, I guess. But she has been through a lot. Yeah. But you saved her. You did an amazing thing, Jessie. Hey, Olivia, you okay? I'm alright. I can't shake the feeling that I embarrassed myself back in Redstonia in front of Eligard. I think she kind of judges me a little bit. It'll be okay. I hope you're right. Wait. I'm sorry. I'm sorry. I got a hello there for you, Emre. I'm sorry. I can't get all the answers. I'm sorry. You get all the answers. I'm sorry. You want to talk to my sister? I'm sorry. I got a house. I'm sorry. You don't know. I'm sorry? I'm sorry. Okay, da ist dein Licht, meine Licht. Das ist neu. Da ist er. Soren hat seine Fortress tief in den Mountains. Nachdem die Ordner gebrochen, das ist wo er ging, um zu machen seine Erfahrungen zu machen. Er hat mich da ein paar Mal gehört, aber es war immer ein bisschen... Weird, right? Es war immer ein bisschen weird. Ich bin froh, dass wir das auf jeden Fall sagen können. Ich meine, ich habe nie eigentlich da mit ihm. Dann bleibe ich hierher und gehen uns einen Super-Tien. Nein, Eivor. Wow. Es war nicht so vor. Are you sure es funktioniert? Okay, Blue. Blue? Das ist Eivor. Eivor ist zu Sörens. Wir müssen gehen. Es ist nicht zu weit. Wir können wahrscheinlich machen es auf jeden Fall. Perfect. Wir können bis morgen morgen und gehen mit einem vollen Tag. Und riskieren das Ding mit uns? Ich glaube, ich habe genug Witherstorm für einen Tag. Danke sehr. Great, weil es so viel besser ist. Ich glaube, wenn du das gesehen hast, dann wirst du nicht mehr... Es kommt morgen. Ich will nicht riskieren, dass es draußen ist, wenn es kürzisch ist. Wir müssen warten bis morgen, bis wir einen vollen Tag der Sonnenblatt haben. Ein guter Begriff, Jesse. Und viel mehr entscheidend als wir uns oder wir sind. Was ein coincidenz, dass es dein Plan ist. Aber gut. Okay, everyone, rest up. We'll head out at first light, all right? I appreciate you giving us a chance to rest, Jesse. I hate to admit it, but I needed this. Jesse, right? Oh, hello. I'm sorry if I seemed a little hostile before when we were talking about Magnus. Not the best way to get acquainted. He makes me a little crazy. He's just a little nuts, destructive, egotistical. I could go on, but I try not to. He definitely thinks highly of himself, that's for sure. Let me guess. The constant patting himself on the back? Complimenting himself? All the dumb, self-described, grandiose titles? Sorry, struck a nerve. In any case, thank you for taking my side before. I appreciate that. So, how is it being the leader of this little ragtag bunch? I haven't been observing your group long, but it seems a little dysfunctional. Me and my team are the best. We can get through anything. Yeah. Wow. You really believe that, huh? I wish the Order had believed in itself that strongly. In any case, glad to be part of the team. How about we go get some sleep? We've got a long walk ahead of us tomorrow. That's right. A wonderful day. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Uh, nothing like a good night's sleep to do the body right. I am ready to do some blasting today. Wish I felt as good as you sound. I'm still feeling a little under the weather. Uh, guys? Let's have one feeling. Ah, crap. I told you it was going to catch up with us. Oh, boy. You really weren't kidding. No. Not again. We got some monsters to fight here people. I got some monsters to come with you. I got some monsters to fight here people. Oh, I got a bit of a rush. I got a chill. Okay, so first. Komm herr. Komm herr, wir müssen hier rauskommen. Ich fühle mich sehr gut von diesem Witherstorm. Entstanden? Nicht wieder, nicht wieder. Sorens ist nicht weit entfernt. Wir können es erreichen. Sorens' Platz muss sein, komm herr. Sorense gibt ¡Latura! Sorens... Sorens wirklich was hier 뭐야? Hier sind wir aus... Veryこ Schritten! Al saw és süss! Ja, und ich wirklich nicht fühle mich diese Köln. Oh, komm mal! Es ist gut! Schau mal! Oh! Just, nicht fallen, okay? Oh, das ist tief. Das ist sehr, sehr tief. Oh, Mann, wir haben Endermen. Das? Ach, du Scheiße! Okay, der Witherstorm ist uns auf der Spur. Das wird eigentlich nur nachts wegen den Monstern nicht gehen, aber, tja, hat Dennis genutzt. Die Folge ist eh vorbei. Also, tja. Also, tja. Tja. Tja.